Ja hallo, ich möchte euch heute mal den Servoantrieb vorführen für meinen K40 Tisch. Ich habe hier einen Servotester und ein umgebautes Servo mit einem großen GT2 Pulli. Ich habe jetzt also doch keine Kugelkette genommen, sondern einen GT2 Riemen, eine Umlenkrolle und das Ganze ist hier in der Achse zum Spannen gedacht. Ich habe den jetzt mal ziemlich weit runter gefahren und möchte ihn jetzt einfach mal hochfahren, um euch zu zeigen, wie das dann sich anhört und wie schnell das geht. Oh, ich fahre gerade rückwärts. Na gut, fahren wir jetzt hoch. Also das Gewicht spielt keine Rolle. Der Servo, der packt noch viel mehr. Ich habe nur Angst um mein, ich habe hier so ein kleines 5 Volt Netzteil bloß, der schafft nicht so ganz viel. Aber, also ich bin da schon ganz zufrieden mit. Und hier ist der Umbau, das ist ein externes Poti, das wird dann hier noch so hochkant an die Seite gebaut. Und die Höhe, die regelt im Prinzip, also die Höhe hier von dem Pin, wird dann nachher mitgeführt und die regelt nachher letztendlich, ähm, ja, die Richtung, in der der Motor läuft. So weit, so gut. Das Ganze kommt dann nochmal, wenn es eingebaut ist, in einem richtigen Video.